Davon wirst du eigentlich mehr so zu fuchsieren. Ja, genau. Stimmt. Aber auch zum Hetzen. Bei einigen Rückgärten hat er auch richtige Wolken, die haben sich ausschließlich mit der Kasse ausgestattet. Und die sind eben schön quirlig und lebendig und machen ordentlich Lärm. Sonst schlafen sie wahrscheinlich noch relativ viel, ne? Es geht, es lässt langsam nach. Ja. Die werden nachts auf einmal kühl. Ist ja meistens aufgefahren. Das ist ja so eine Nachtsfarbe. Obwohl, wahrscheinlich müssen sie sich auch erst mal an den Virus von den Menschen gewöhnen. Wir schlafen nachts immer durch und das ist das Kind von der Große dann. das kann schon mal einmal nähen. Das kann man so etwas mehr zu tun. Und die sich tatsächlich alles gut schlafen.